Hey Leute, euer Pokémaniac wünscht euch einen frohen dritten Advent nun schon. Weihnachten steht kurz vor der Tür, was heißt kurz, aber eine Woche ist es nur noch, bis Weihnachten da ist. Und ihr seht hier den Hintergrund, das sind die Gewinne vom Gewinnspiel, falls ihr es verpasst habt. Nicht schlimm, es wird demnächst auch wieder ein neues Gewinnspiel natürlich geben, spätestens im Februar kommt das nächste. Alle zwei Monate könnt ihr euch jetzt wieder darauf einstellen, dass hier ein Gewinnspiel stattfindet. Genau, und Leute, es gab hier einiges zu gewinnen. Der vierte Platz wird erhalten, Code Cards und diese Shinox Autogrammkarte quasi von mir. Das Shinox hat eine Weihnachtsmütze auf, genauso wie die anderen Karten hier. Genau, der dritte Platz bekommt die zwei XXL Promokarten hier, Lucario GX und Darkrai GX Shiny, sowie diese Chelast-Karte, die so ein bisschen, ja genau, die so ein bisschen verschönt wurde, verschönert wurde. Genau, dann hier das Weihnachtshühnchen, nämlich Flamely. Das ist der zweite Platz, zusammen mit drei Booster-Packs und der erste Platz bekommt dieses Samurzel und dieses Garados Shiny GX Secret Rare. Ach, GX Secret Rare, EX Secret Rare natürlich. Genau, super cooles Artwork. Jedenfalls, das waren die Preise und ihr solltet mir einfach nur unten in die Kommentarsektion schreiben, was ihr euch genau zu Weihnachten wünscht. Passend eben zur Thematik im Moment, in diesem Dezember, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Das war die Gewinnspielfrage und ihr müsstet Abonnent von dem Kanal sein und das Video liken. Genau, und nun werde ich die Gewinner verkünden. Wir fangen natürlich mit dem vierten Platz an. Und die vierten Platz gewonnen hat Sixt Reuter. Ja, und zwar wünscht sich Sixt Reuter einen Laptop und eine Kamera mit Zubehör, da er nämlich selber auch ins YouTube-Geschäft einsteigen möchte. Müscht er auch gern YouTuber werden. Und er guckt diesen Kanal schon seit vielen, vielen Jahren, schon seit den XY-Sets. Und genau, das ist der Gewinner des vierten Platzes. Und der bekommt Scheinux sowie diesen kleinen Stapel Code-Karten für das Sammel-Karten-Spiel online. PTC-GO auch genannt. Sehr cool das Game online, falls ihr es noch nicht gespielt habt, schaut dort mal rein. Macht mega viel Lust und Laune und man kann einfach Decks austesten und muss sich nicht unbedingt teure Pokémon-Karten kaufen. Genau, und der dritte Platz. Wer bekommt den? Also, nochmal viel Glück erstmal an Sixt Reuter. Genau, du schreibst mir bitte auch eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die unten in der Videobeschreibung drin ist und meldest dich bezüglich deinem Gewinn. Super. Und dann eben können wir klären, wie ich dir den Gewinn zukommen lasse. Genauso wie auch die anderen Gewinner. Ihr schreibt mich alle einfach an, an die E-Mail, die unten drin steht. Und der dritte Platz geht an Unicorn Scarlet. Und Unicorn Scarlet wünscht sich Let's Go Pikachu und Evoli zu Weihnachten. Genau. Sehr schön. Das ist der dritte Platz. Du bekommst Lucario GX und Dark Knight GX in der Jumbo-Variante, in der XXL-Variante und natürlich dieses Chillast. Herzlichen Glückwunsch auch an dich, an Unicorn Scarlet. Und auch du schreibst mir eine E-Mail. Genau. Der zweite Platz, der beinhaltet hier diese drei Booster. Ein Booster aus Stunde der Wächter, eins aus Sturm am Firmament und eins aus Echo des Donners, sowie dieses Weihnachts-Hühnchen. Und das bekommt Matteo 2005. Und Matteo 2005 wünscht sich Super Mario Smash Bros. Ultimate. Und, genau, Let's Go Evoli zu Weihnachten. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Und schreibst du mir eine E-Mail und dann klären wir das mit den Preisen. Genau. Und der erste Platz geht an Corea Jägerin. Und Corea Jägerin wünscht sich ein gesundes Weihnachten, weil sie momentan krank ist und wünscht sich eine Nintendo Switch und ein paar Booster. Sie ist ein großer Hundemon-Fan übrigens und findet es echt schade, dass Hundemon noch keine GX hat. Und, ja, das stimmt, Hundemon ist ein echt cooles Pokémon. Ist ein Unlicht-Typ und Unlicht-Typen mag ich eben auch sehr gern. Herzlichen Glückwunsch an Corea Jägerin, denn du bekommst hier dieses Gardos GX Secret Rare aus Turbo Fieber und, ich hab schon wieder GX gesagt, und Samurzel hier mit der Weihnachtsmütze auf dem Schädel. Genau. Schreibst du mir auch eine E-Mail. Alle Gewinner können mir gerne eine E-Mail schreiben. Und dann sehen wir. Genau, dann lass ich euch die Gewinne zukommen. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr hattet bisher ein superschönes Weihnachtsfest. Ich hatte schon sehr schöne, besinnliche Tage mit viel Arbeit verbunden, aber trotzdem auch irgendwie schön. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen mit der Liebe des Pokémon-Sammelkartenspiels ein bisschen die Weihnachtszeit versüßen konnte und werde natürlich auch in den kommenden Weihnachtstagen jede Menge Videos für euch posten, hier auf diesem Kanal. Es kommt natürlich noch am 25. kommt das große 25-Booster-Pack-Opening von dem Pokémon-Weihnachts-Adventskalender, welchen mir die Pokémon-Company zukommen lassen hat. Das werdet ihr also auf jeden Fall am 25. sehen. Aber es kommen auch noch jede Menge andere Videos. Keine Sorge, vorher jede Menge superkrasse Echo des Donners Openings, denn ich habe ein paar Echo des Donners Booster-Packs geöffnet und dort drin, Leute, war eine superkrasse Rainbow-Secret-Rare. Hammermäßig. Und eine Secret-Rare-Trainer. Und das in ein paar in einem Haufen Packs. Hammermäßig. Und das werdet ihr noch sehen nächste Woche, aber auch noch viele andere Openings. Und ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal treu und schaut auch weiterhin rein. Das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt und auf jeden Fall. Also nicht ärgern, falls ihr nicht gewonnen habt, denn das nächste Mal gibt es einfach wieder was zu gewinnen. Euer Pokémaniac. Schaut auch mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zu dem Instagram-Account, zu der Instagram-Seite von mir persönlich und von meiner Facebook-Seite. Auf Instagram und Facebook bin ich im Moment ziemlich aktiv und dort geht es hoch her. Jeden Tag könnt ihr so ziemlich einen neuen Post erwarten. Spätestens jeden zweiten Tag. Und ich zeige euch alles Mögliche. In diesem Monat sind es eher noch die Adventskalender-Posts. Die ich euch zeige. Aber ab nächsten Monat oder auch schon zwischendrin geht es richtig rund mit seltenen Pokémon-Karten, die ich dort euch zeige. Die ich irgendwie so mir gekauft habe. Oder auch seltene Sammelkartenprodukte, die ich einfach hier habe. Die ich euch noch nicht auf dem Kanal gezeigt habe. Also totale Internet-Premiere. Und schaut dort einfach mal vorbei. Euer Pokémaniac wünscht euch viel Spaß. Und noch frohe Weihnachtstage, bis Weihnachten richtig, richtig losgeht. Bis dann!